Wir kommen zur Herzen von Ehringstraße, die Kommission von Rommand. Der Verein von Ehringstraße wurde im Monat-Ehringstraße gegründet. Es sind zuvor 18 stehen, wo es gemeint ist, wo die drei Vereinigte Mitglieder eingeschrieben sind. Wir haben die Aufgabe, dass wir sagen, dass wir nicht mehr so viel geschützt in der Region für die Bürgerinnen und Bürger zu gestalten werden. Die Wälderplatte müssen in der Region von unserer Bundespolizei uns natürlich an die Grenze der Bürgerinnen und Bürger hinweisen. Und auch in der Hand für die Schwerpunkte, die wir in der Küche sind, werden wir auch in der Lage sind. Die Wälderplatte Die Wälderplatte Die Wälderplatte Musik 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 Herr Kavans, für reiige, handelsaute Rednerin-Fahrung vor, und natürlich, die es aus der Bundesrepublik auf dem Aufzug ist, nach dem Fortschritt, der Vorbereitung der Einwanderung, der Regierer in der Deutschen, die auf der Philosophie und die Nation der Bundesrepublik erklärt, die zurzeit 11.500 Mitgliedern, die in der Bundesrepublik, die in der Bundesrepublik sehen, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.